Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge aus meiner Serie Die Reise zum Ende der Welt und wir sind noch immer im Sonnensystem, also unserem eigenen Sonnensystem und haben schon die Gesteinsplaneten in den letzten Folgen durchgenommen und auch einen der ersten, also den größten Gasriesen, das ist der Jupiter. Und jetzt geht es weiter, wie schon letztes Mal, da hatte ich den Saturn erstmal so grob besprochen und jetzt geht es wieder um den Saturn, hier dieses wunderschöne Bild hier mit seinen Ringen und zwar Saturn ganz nah. Wir werden also heute einen Haufen schöner Bilder sehen, die die Raumsonde Cassini gemacht hat, von der Oberfläche oder von den Wolkenstrukturen und vielen anderen Sachen, die man da von außen, wenn man den Saturn selber anschaut, was man da sieht. Die Ringe und die Monde, die sind auch super interessant, die machen wir dann demnächst. Ja, jetzt also immer noch der Saturn, so wie in der vorletzten Folge, dazwischen hatte ich mal was anderes eingeschoben, aber jetzt mal ganz nah. Ja, vorher noch kurz in eigener Sache etwas, ich hätte eigentlich am nächsten Donnerstag, also heute ist Montag, in drei Tagen hätte ich einen Vortrag gehabt, im Bregenzer Wald, da hatte mich der Rotary Club eingeladen und ich hatte auch Werbung gemacht in der Freitagsfolge, das letzte Mal, also vor dem Wochenende jetzt, aber das wurde relativ unvermittelt abgesagt. Das passiert immer mal wieder in diesem Themenbereich, Energie und Klima war das nicht, Astrophysik und da habe ich mich jetzt dran gewöhnt. Also die Meinung war, es hätten sich zu viele Leute, zu wenig, nicht zu viele, zu wenig Leute dafür angemeldet. Also es wurde jedenfalls relativ kurzfristig abgesagt. Das also an alle, die sich für diesen Vortrag interessiert haben, tut mir leid, der findet leider nicht statt. Ja, wir sind also auf dem Saturn, oder nicht auf, da ist ja eine Gaskugel, da würde man versinken, sondern wir gucken mal den Saturn jetzt von ganz nah an, sind also hier im Kapitel 5 dieser Vorlesung die Reise zum Ende der Welt und da hat Mars, Venus, Merkur und Jupiter schon durchgenommen. Ja, hier sieht man nochmal die 8 Planeten, die wir heute haben, die 4 Gasriesen und die 4 Gesteinsplaneten und da müssen wir auch noch ein Video machen über den Aufbau des Sonnensystems und die Entstehung, wieso da draußen die Gasriesen sind und weiter drinnen diese ungefähr winzigen Gesteinsplaneten, die eben auch unser Lebensraum sind, also zum Beispiel eben die Erde, auf Mars kann man sich vielleicht auch halten, wenn man ein Atemgerät hat, ja, aber die großen Gasriesen sind für uns absolut lebensfeindlich. Ja, und heute eben der zweite große Gasriese, der Saturn von ganz nah. Ja, und wie immer, bevor ich nochmal mit dem eigentlichen Video beginne, meinen Dank an unsere Unterstützer, die mich da unterstützen oder uns, das kleine Team hier, dass wir weiter diese Videos machen können, vollkommen unabhängig von irgendwelchen Institutionen, auch unabhängig von der Universität Konstanz, mit der ich natürlich immer noch verbandelt bin, weil ich Professor auf Lebenszeit bin, aber ich habe da kein Büro mehr und nichts mehr und habe da nichts mehr mit zu tun und werde auch nicht mehr unterstützt hier, führe. Aber das, was die Uni Konstanz mal begonnen hat, nämlich mich hier als YouTube-Betreiber zu, ja, das zu ermöglichen mit dem Filmteam der Uni Konstanz, das machen wir hier jetzt alleine sozusagen aus eigener Kraft weiter und das ist Crowdfinance, also das finanzieren die Zuschauer. Vielen Dank an euch, man kann also über PayPal an eine dieser beiden E-Mail-Adressen hier einen Betrag zur Unterstützung überweisen oder eine der beiden E-Bahn-Nummern hier, also Konten bei einer Schweizer Bank, weil ich den Kanal über meine GmbH in Kreuzlingen betreibe, das liegt im Thurgau in der Schweiz und ich selber wohne auch und bin jetzt auch hier im Augenblick in meinem Studio im Thurgau. Ja, deswegen also Schweizer Konten und das ist ein Euro-Konto und ein Schweizer-Franken-Konto für meine Schweizer Zuhörer. Und man hat mir gesagt, ich muss dann auch dieses, ja, dieses Karo-Muster zeigen, was man da immer zeigt. Das wäre ja also, das heißt nicht Karo-Muster, das heißt irgendwie IQ, IQ oder QR, QR war es glaube ich, QR-Code für das Konto bei der Schweizer Bank hier, also das ist für eine Euro-Überweisung, sollte also mit einer SEPA-Überweisung keine hohen Gebührenkosten aus dem Euro-Raum und das hier ist der entsprechende QR-Code für meine Schweizer Zuschauer. Den habe ich jetzt, der war letztes Mal falsch, ich habe es erst einmal gezeigt, letztes Mal, das war noch falsch. Ich hoffe, jetzt ist es richtig, dass das wirklich der, für eine Schweiz-Schweiz-Überweisung der richtige QR-Code ist. Jedenfalls ist da auch so ein Schweizer Kreuz in der Mitte hier. Ja, auf der habe ich das jetzt mal richtig erzeugt, da gibt es ja so Generatoren für QR-Codes. Ja, da habe ich mich jetzt ein bisschen, ein bisschen kundig gemacht. Ja, also das brauchen wir ja nur kurz zu zeigen. Ja, und jetzt fangen wir mal mit dem richtigen Video an. Und ich zeige einen Haufen Bilder hier von diesem Satelliten und der hat noch so einen kleinen Ableger, das ist das kleine Ding da links unten und das ist die Cassini-Sonne mit dem Heugens-Lander und der Heugens-Lander ist auf Titan, das ist am Mond in dem System, gelandet, weil er hat so eine undurchsichtige Atmosphäre und man wollte partout wissen, wie die Oberfläche von Titan ausschaut. Aber das ist eben ein Mond und dazu kommen wir später. Hier geht es jetzt weiter mit Cassini-Bildern vom Saturn ganz nah. Ja, und das ist so ein Bild, als diese Sonne sich dem Saturn genähert hat. Das habe ich schon letztes Mal gezeigt bei normal eben Saturn. Und da ist die Sonne genau hinter dem System mit den Ringen und das ist einfach ein wunderschönes Bild. Und ich habe das hier an den Anfang dieses Videos gestellt in dieser Bilderserie, um, ja, einfach um uns einzustimmen auf das Saturn-System. Ja, jetzt geht es also ganz nah ran und man sieht sehr viele Wolkenstrukturen. Die sind leider nicht so schön wie auf Jupiter, zeige ich auch gleich noch im Vergleich, weil der Saturn in der obersten Wolkenschicht so eine Dunstschicht hat, die alle Strukturen leider so ein bisschen, ja, sozusagen matter macht. Man muss immer durch den Dunst durchschauen, das geht ganz gut mit Infrarot, aber dann ist es eben schwarz-weiß, also für uns, das wird dann transponiert in den sichtbaren Bereich, dass wir überhaupt die Infrarotbilder ja sehen können. Und man sieht also da nur hell-dunkel Kontraste und nicht mehr Farben, ja, mit den Infrarotbildern. Aber damit kann man eben durch den Dunstschicht durchschauen. Und beim Jupiter ist das nicht nötig, da sah man also diese ganzen wilden Wolkenstrukturen. Und das hier sind die Wolkensysteme auf der Erde und da gibt es auch diese großen Rollen. Und das hätte ich schon beim Jupiter zeigen müssen, diesen Vergleich hier. Das ist mir heute Morgen eingefallen, dass ich besser mal eben diese Headley-Zellen und die Ferrell-Zelle und wie sie alle heißen auf der Erde, dass ich die mal zeige, um zu veranschaulichen, was wir da eigentlich auf den Gasriesen für merkwürdige Wolkenbänder sehen. Denn diese Zellen hier, das sind diese großen Wolkenwalzen, da gibt es erstmal nah am Äquator zwei Stück, eine südliche und eine nördlich des Äquators und das ist die Headley-Zelle, also eigentlich zwei Zellen, eine nördliche und eine südliche und das sind solche Wolkenrollen. Ja, das sieht man ja auch hier und die gehen ganz rum um die Erde und die verursachen auch hier, da wo ein permanentes Hochdruckgebiet ist, da wo die Luft hier, die am Äquator aufsteigt und dann wieder absinkt, da wo sie absinkt, da ist sie sehr trocken und das verursacht dann an dieser Stelle eben den Wüstengürtel, wie zum Beispiel eben die Sahara. Ja, das sind also solche Wolkenrollen, die entstehen dadurch, dass die stärkste Einstrahlung an Sonnenenergie am Äquator passiert, zumindestens, ja, ziemlich genau an der Tag- und Nachtgleiche. Zweimal im Jahr haben wir genau in der Mitte die stärkste Sonneneinstrahlung, da steigt die Luft auf, weil warme Luft nach oben steigt und driftet dann nach Norden und Süden weg und dann kommt die Coriolis-Kraft, weil wir ein drehendes System haben dazu und dann gibt es eben diese Passatströmungen, die hier immer nach Westen gehen, weil sich die Erde eben links rum dreht. Ja, das gibt also so Wolkenbänder, auch auf der Erde, Passatwinde nördlich und südlich des Äquators, die immer in die gleiche Richtung nach Westen wehen. Ja, und hier wäre dann also eher mal kein Wind, da wo diese Wolkenmassen absinken und dann wird daran anschließend wieder so eine Rolle angetrieben, also sozusagen benachbart, vor lauter Begeisterung wird hier die Luft mitgerissen nach unten und driftet weiter nach Norden und gibt es eine zweite Rolle, die Ferrelzellen nennen, also sind zwei Stück, eine im Süden und eine im Norden. Und so setzt sich eigentlich auf den Gasriesen dann dieses Rollensystem immer weiter nach höheren Breiten fort. Ja, aber primär versteht man es, wenn man sich über den Mechanismus der Hellezelle auf der Erde oder der beiden Hellezellen, wenn man sich darüber klar wird, es ist einfach die stärkste Sonneneinstrahlung genauer im Äquator und da steigt die Luft auf und driftet aufgrund des Schwungs dann ein ganzes Stück nach Norden und nach Süden, kühlt sich dabei in der großen Höhe ab, regnet sich übrigens auch ab, wenn sie aufsteigt, deswegen ist es so feucht am Äquator und sinkt dann wieder ab und sie ist dann trocken und deswegen da die Wüstengürtel. Nun gut, auf dem Saturn, da gibt es jetzt nicht unbedingt Regen oder sowas, aber ganz stark diese Wolken rollen. Und durch die Drehung der Erde und noch schlimmer die Drehung von Saturn und Jupiter, die sich ja sehr schnell drehen, ungefähr doppelt so schnell wie die Erde, obwohl sie so groß sind, da gibt diese Nord- und Südbewegung durch die Coriolis-Kraft eben auch eine Bewegung, in dem Fall hier nach links, nach Westen, weil sich die Erde eben in der anderen Richtung dreht. Ja, also so ist der Mechanismus. Das wollte ich für die Erde nochmal erklären und so ist es ganz stark ausgeprägt und auch ungestört, weil hier sind die Windsysteme sehr stark gestört durch die Kontinente und die Gebirge und sowas alles, in den Gasriesen natürlich nicht. Da können die sich in Perfektion, können die sich ausbilden, diese Wolkenrollen. Ja, und hier haben wir die Wolkenrolle für den Saturn. Und wie ich schon sagte, das Problem ist diese Dunschschicht, die hat also sehr schlechten Kontrast. Das hier ist ein Animated GIF, also eine Zusammenschaltung von Momentaufnahmen und die Kugeloberfläche wurde so am Streifen ausgewalzt. Hier oben ist also Nordpol und Südpol in der Mitte der Äquator. Und was wir hier sehen, das fängt immer wieder von vorne an, ist die Bewegung der Wolkenbänder. Und genau in der Mitte gibt es hier also, man sieht es vielleicht, die sind relativ schmal, die Wolkenbänder. Also links nicht so riesengroß wie auf der Erde. Das liegt aber daran, dass die Erde so klein ist. Also die sind schon groß, aber eben, es sieht hier klein aus. Und da sind eingelagert, diese schwarzen Punkte, von denen sich einige auf einer bestimmten Höhe nach links bewegen mit dem Wolkenband und andere nach rechts. Und die schwarzen Punkte, Infrarotaufnahme, das sind eben Hurricanes, also Wirbelstürme, die eingelagert sind. Ja, und hier sieht man also diese Wolkenbänder, leider nicht so gut, aber man sieht, dass da eine ungeheure Bewegung ist. Und das sind Stürme. Wir haben ja sehr hohe Windgeschwindigkeiten, erstmal in diesen Passatartigen Wind, die immer in die gleiche Richtung wehen und abwechselnd nach links oder nach rechts in die andere Richtung dann wieder, weil die einmal so rumdrehen und einmal so rum. Und darin eingelagert sind da noch Wirbelstürme, also Hurricanes. Also auf diesen Gasriesen, da ist wirklich der Bär los. Ja, leider ist das jetzt nicht so fürchterlich spektakulär. Ich habe hier mal dahinter die gleiche Animation oder eine Animation, das sind ja richtige Fotos. Es ist keine Computersimulation, keine KI beteiligt. Das sind richtige Bilder von eben der Raumsonde oder den Raumsonden, die da unterwegs waren in diesem System. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder Cassini ist, könnte sein, dass sie also hier eine Station vorher in Jupiter aufgenommen haben. Wir sehen also sehr viel klarere Wolkenstrukturen mit besseren Farben, weil das sind eben verschiedene chemische Verbindungen, die unterschiedliche Farben haben. Und hier sehen wir also sehr deutlich die generelle Rechtsströmung hier in diesem Fall und dann benachbarte Linksströmung und dazwischen eben diese enormen Wirbelstürme. In der Kontaktzone entstehen eben Wirbel, wo mal ein Wolkenband nach links läuft und das andere nach rechts und hier ist der der rote Fleck vom Jupiter, der ein riesengroßer, äußerst stabiler Wirbelsturm ist. Ja, hier ist es also viel deutlicher. Auf dem Saturn ähnlich und wodurch kommen die Unterschiede zustande? Es ist kälter auf dem Saturn, da ist es alles ein bisschen anders und diese Dunstschicht, die muss wohl damit zusammenhängen. Da haben wir ein bisschen Pech, das nur ausgerechnet da eben so diese Dunstschicht bei dieser niedrigeren Temperatur entsteht und auf dem Jupiter können wir es eben direkt sehen. Ich hatte dann eben beim Jupiter ganz nah, da gibt es ein Video Jupiter ganz nah, da gibt es also Bilder von Details dieser Wolkenstrukturen, die kann man sich auch als Kunstgemälde im Wohnzimmer aufhängen. Ja, und jetzt gibt es eben eine ganze Menge von Cassini als Fotos einfach. Wir machen ja eine Reise zum Ende der Welt und das Wunderbare am Kosmos ist ja, dass es so fantastische Bilder gibt. Ja, wir sehen dann auch später, wenn wir das Sonnensystem verlassen, wunderbare Bilder von Galaxien, von Sonnensystemen und allem möglichen oder Nebeln, ja, Orionnebel, weit draußen jetzt mit dem James-Webb-Teleskop, wieder neue Bilder, faszinierende Bilder, ja, wie so eine Urlaubsreise, ne, und früher, da hatte man Diaprojektoren, da kam man von seinen zwei Wochen in Mallorca wieder oder in Gran Canaria und da mussten die armen Freunde, die wurden abends eingeladen, die mussten sich die ganzen Bilder angucken, da waren die ja vortragen, man musste immer so sagen, oh, ist das schön, ja, man war da leider selber nicht und dachte, so ein Mist, die haben so einen schönen Urlaub gemacht und zeigen sie uns auch noch alle die tollen Bilder, aber es war natürlich auch Neugierde, ja, wie sieht es denn da aus, wenn man selber erst mal noch nicht da war. Ja, so ist das jetzt auch, Reise zum Ende der Welt, ich zeige einfach Bilder, ich erkläre auch ein bisschen Physik dazu, aber dieses Video ist wieder einfach nur eine Diashau und hier haben wir das erste, leider Infrarot, also es ist schwarz-weiß und wir sehen hier die schwarzen Punkte von einem Wolkenband, was weiter am Südpol ist, das ist hier unten, das ist der Südpol, vom Saturn und die, die fahren nach links und die etwas größeren fahren nach rechts, das sind Hurrikanes und die passieren einander, jetzt müsste man eigentlich so eine Abfolge von Bilder haben, ja, die die zeitliche Abfolge zeigen, aber das ist eben eine Momentaufnahme, hier übrigens immer der Link, das ist jplnasa.gov Katalog und die heißen Pia, von Cassini, es gibt natürlich noch Bilder von anderen Sonnen, aber das ist jetzt immer alles Cassini hier, vier Hurrikanes passieren einander, ja, und da gibt es ja doch so eine Bilderfolge hier, aber nur, und, also ich kann nur das zeigen, was eben auf, auf dieser Homepage hier, Photojournal at Jet Propulsion Laboratory, was da publiziert wurde, es gibt ganz viele Bilder, es ist hier eine Auswahl, die ich zeige und kann nur die zeigen, die es da eben gibt und hier sehen wir wieder ganz ähnlich, wieder der Südpol hier unten, dann kann man mich fragen, woher weiß ich denn, was der Südpol und der Nordpol ist, weil oben und unten gibt es ja nicht, also kann man nicht unterscheiden, aber man kann es beim Fall des Saturn schon sehr schön unterscheiden, weil der Nordpol ist nämlich sechseckig, aber da kommen wir gleich zu. Also hier sieht man von links in der oberen Reihe nach rechts und dann links wieder beginnt in der unteren Reihe nach rechts, zwei schwarze Punkte, die sich immer näher kommen und schließlich hier unten rechts zu einem schwarzen Punkt verschmelzen. Und da ist es natürlich wieder aufregend für die Leute, die sich mit Strömungsdynamik beschäftigen, dass da tatsächlich so zwei Hurrikanes miteinander verschmelzen können, ja, also ähnlich wie Galaxien, das sind ja auch rotierende Systeme, die sich nahe kommen und dann zu einer Galaxie verschmelzen, um ein Beispiel aus der Astrophysik hier zu verwenden. Ja, also kann man sich angucken, also und sagen, ja gut, funktioniert eben, aber solche Sachen passieren eben auf dem Saturn. Ja, und dann gibt es weitere Bilder, wie gesagt, es ist einfach eine Diashau, also es ist keine super komplizierte Physik, man kann gleich in die Strömungsmechanik gehen und dann verliert man jegliches Interesse und geht erstmal in eine Gartengneipe oder so, aber man kann das auch einfach anschauen. Leider eben nicht in Farbe, weil man muss durch die Dunstschicht und hier sehen wir jetzt, da gibt es immer schöne Texte zu den jeweiligen Bildern von der Cassini-Sonde. Ich glaube, die müssen da bei der NASA extra einen Text da eingestellt haben, der sich da so fantasievolle Beschreibungen dieser Bilder haben einfallen lassen und zu diesem hier auf Englisch, ich habe es mal übersetzt, stürmische Wolkenbänder in unruhiger Bewegung. Ja, also nicht so ausgeprägte Wirbelstürme oder sowas, sondern auf der Nordseite ist das hier eben diese Wolkenbänder und diese schwarzen Ringe hier, das ist der Schatten der Saturnringe auf die Oberfläche des Saturns. Ja, und dann weiter hier mal der englische Text, ich habe es jetzt mal nicht übersetzt, weil es gar nicht so einfach ist, dieses wortreiche oder fantasievolle, diese Formulierungen zu übersetzen, feathery, also federleichte oder federhafte, wave-like patterns in the cloud bands of Saturn's southern hemisphere. Also federartige, Federwolken, wellenartige Muster in den Wolkenbändern auf der Südhalbkugel des Saturns. Und hier sieht man schon, das wird natürlich kontrastverstärkt, trastverstärkt, weil direkt sehen von außen im normalen Sichtbahn würde man das nicht wegen der Dunstschicht, aber man sieht hier eben jede Menge Strukturen und man kann ahnen, dass es da drunter unter der Dunstschicht eigentlich genauso ausschaut, wie auf dem großen Jupiter. Ja, und hier eben auch leider ein bisschen undeutlich, large vortices edge their way along the turbulent boundary between east-west flowing cloud bands. Man hat also diese Wolkenbänder wie die Passatwinde, also einige nach Norden, einige nach Osten und andere nach Westen fließend. Und hier haben wir große vortices, das sind also solche Wirbel, die ihren Weg edging, also was heißt denn edging, also irgendwie so, ja, also edge heißt ja Kante, also irgendwie durch Kanten entlang der turbulenten Grenzschicht mit zwischen diesen in entgegengesetzten Richtungen laufenden Wolkenbändern. Ja, und hier haben wir ein größeres Bild, ich gehe mal ein bisschen zur Seite, Filament Structure, es gibt also hier solche fadenartigen Strukturen, die sich über Distanzen hinweg ja zusammenhalten, die sind also zusammenhängend, die sind größer als der Durchmesser der Erde, das ist ja alles riesig hier, Filamentary Structure in the Flow in the Atmosphere. Es gibt da also ja kohärente Flussmuster, die haben alle dieselbe Farbe, also hellere und dunklere Wolkenstreifen und da gibt es einen Fachausdruck, jedenfalls steht das im begleitenden Text dazu, Two-Dimensional Turbulenz. Das ist eine zweidimensionale Turbulenz und sie bedeutet, es ist so ein kohärenter Fluss, den wir hier sehen, über gigantische Distanzen von diesen etwas unterschiedlich gefärbten Wolken, die eben aus Verunreinigungen, dieses eigentlich hauptsächlich aus Helium und Wasserstoff bestehenden Gasriesen, eben sich, also bestehen diese Wolken. Hatte ich auch mal genannt, was da alles für Substanzen da drin, also Ammoniak und solche Sachen sind da drin. Und hier haben wir wieder ein Bild, auch ungefähr so groß wie die Erde, Intricate Undulations and Swirls within the Banded Atmosphere of Saturn. Ja, also Intricate, das muss man, fehlen mir die Worte, also detaillierte Undulations, ja, also, ja, also, ja, das übersetze ich jetzt nicht, and Swirls within the Banded Atmosphere of Saturn. Also sehr schön, allerdings, also ich glaube, die Leute, die sich mit solchen Planetenatmosphären beschäftigen, die können da eine Menge draus lernen. Wir können es eigentlich nur anschauen und die Schönheit bewundern. Und hier haben wir jetzt, also leider alles schwarz-weiß, das ist auf dem hohen Norden hier, im nördlichen Himmel, da haben wir Cenois Cloud, also wellenförmige oder runde Wolken, Wolken and Hurrican-sized Vortices, also jeder einzelne Wirbel, hier ist zum Beispiel so ein Wirbel, ist so groß wie ein Hurrican, Mingle in Saturn's Northern Skies, sie versammeln sich oder wirbeln durcheinander am nordlördlichen Himmel von Saturn. Ja, und dann hier dieses Bild, das ist auch in der Bildsammlung von jplnasa.gov unter Cassini Saturn und ist auf einmal ganz bunt. Also ich vermute mal, dass es farbverstärkt ist. Also sie haben da irgendwas gemacht, weil es sieht ganz anders aus als viele andere Bilder. Es ist ein Wolkenband hier, auch wieder gerade gezogen, also als einfacher Streifen, so wie die Animation, die ich anfangs gezeigt habe. Und sie meinen, das ist ein Wirbelsturm, der besonders lange und stabil angehalten hat. Und der hat jetzt sehr intensive Farben. Und ich habe in der Bildunterschrift da im Original nicht so richtig rausgefunden, wieso das Ding jetzt auf einmal so starke Farben hat. Aber ich glaube, sie haben es besonders aufbereitet. Und es ist auch wirklich wunderschön hier mit diesen Farben in grün und blau und diese ganzen Wirbel. Und der Text dazu lautet, Biggest, most long-lasting Saturn-Storm, also der größte und der am langlebigsten anhaltende Saturn-Sturm, roils the atmosphere of the gas giant in this nearly true color mosaic of Cassini images. Die haben es also zusammengesetzt aus mehreren Cassini-Bildern und sie meinen, es wäre die wahrhafte, die true color, also die wirkliche Farbe. Ja, das ist immer derselbe Sturm, sind auch dieselben Bilder in verschiedenen Vergrößerungen. Hier habe ich es mal größer gemacht, nur das vordere Ende. Und vorne ist also dieser Wirbelsturm und der erzeugt jetzt jede Menge Wirbel sozusagen in seinem Kielwasser von diesem Wolkenband hier. Und das geht ewig weit hier unten. Hier sieht man, dass es ganz weit geht. Da ist immer dasselbe Bild, nur eben länger dargestellt. Und das finde ich schon absolut faszinierend und schön. Also ich frage mich, wenn man jetzt so ein Raumschiff hätte, um da hinzukommen und würde also durch die obere Dunstschicht vom Saturn durchtauchen und dann tiefer rein kommen, wie das da wohl aussehen mag mit diesen Wüsten-Wolken-Strukturen. Ja, und ich hatte ja gesagt, dass ich vorhin wusste, wo der Südpol ist, weil der Nordpol ist nämlich sechseckig. Und hier haben wir ein Bild, das ist diesmal von Wikipedia, hier ist aber auch Cassini. Aber das findet man auf der Wikipedia-Seite unter Saturn-Hexagon, Sechseck. Und man sieht, dass oben zwar in der Mitte was Rundes ist, der kleine schwarze Punkt, aber drumherum diese dunkelgraue Fläche, ja, die ist sechseckig. Ja, und das ganze Ding ist ja eigentlich am Rotieren, weil der nur einen halben Tag braucht, um einmal, um sich selbst sich zu drehen. Es ist also ein gewaltiges, drehendes System. Und wie kommt es da zu einem Sechseck? Also da kann man ja noch darüber rätseln. Ja, also das Sechseck ist sogar ziemlich stabil. Ja, das gibt es schon seit 100 Jahren oder noch länger. Und hier sieht man übrigens wieder die Ringe. Die sind ja oben rechts so ansatzweise zu sehen. Also der Nordpol ist sechseckig. Sechseckig. Ja, und das ist ja wirklich komisch, ne, in einem rotierenden System. Und hier nochmal eine schöne Aufnahme. Leider eben, ich glaube, das ist jetzt wirklich eine Farbaufnahme. Man sieht hier so leichte Grüntöne. Also wirklich eine richtige Aufnahme im Sichtbaren. Deswegen also der schwache Kontrast und von der Seite aufgenommen. Und man sieht in der Mitte dieses absolut runde System mit den konzentrischen Ringen. Und das ist ein gigantischer Hurricane, der genau am Nordpol ist. Ja, genau am Nordpol. Und der ist auch genau in der Mitte des Sechsecks. Und das Sechseck sieht man auf diesem Bild hier ansatzweise. Hier ist so eine Dunstkante. Und man muss mit dem richtigen Abstand drauf gucken. Dann sieht man, dass das das Sechseck ist. Das ist also ziemlich weit weg vom Zentrum. Ist also ein gigantisches Sechseck. Aber sechseckig am Nordpol. Ja, und hier sieht man jetzt wieder eine andere, ist so ein bisschen eingefärbt hier und ist eine Infrarotaufnahme. Man sieht diese ganzen, diese schwarzen Punkte. Das sind alles Hurricanes. Also soweit ich das verstanden habe. Es sind Hurricanes, die also immer in diesen Infrarotaufnahmen ein bisschen dunkler wirken. Und hier sieht man jetzt ziemlich gut dieses Sechseck. Es ist aber nicht rot. Ich glaube, das ist eine Falschfarbe hier. Ein bizarrer Six-Sided Feature Encircling the North Pole of Saturn. Ein bizarres sechsseitiges Gebilde, das also den Nordpol von Saturn umgibt. Ja, und jetzt gibt es auch eine kleine Animation. Ah, die läuft schon. Ich hoffe, man kann es im Film auch sehen. Hier, und ich lese mal den Text vor. Dieser Nachtfilm über die Tiefen des Nordpols, Tiefen, weil mit Infrarot kommt man tiefer rein, aufgenommen vom Infrarotspektrometer von Cassini, zeigt unter der Decke aus Dunstschichten einen dynamischen und aktiven Planeten. Also die sind der Meinung, dass diese schweren Hurricanes mit Windgeschwindigkeiten von mehreren hundert Meter pro Sekunde, also tausende von Kilometern pro Stunde, dass das irgendwas ein Zeichen ist für einen schönen, aktiven Planeten. Für uns ist es natürlich vollkommen lebensfeindlich, so Windgeschwindigkeiten. Aber die Forscher sind vollkommen begeistert. Und das ist ein Zeitintervall. Oh, das steht jetzt hier nicht. Aber man sieht, das ist relativ schnell rotiert. So sieht es jedenfalls aus. Aber ich glaube, das ist schon in der Größenordnung hier von mehreren Stunden. Aber da bewegen sich diese Hurricanes schon ein ganzes Stück um den Nordpol herum. Also eine enorme Geschwindigkeit. Hier haben wir es nochmal. Saturns Nordpol, ein Hexakon in dieser noch besseren Infrarotaufnahme, auch Animated GIF. Das ist ein Zusammenschnitt einzelner Standbilder. Und wir kriegen ein bisschen Eindruck, wie die Dynamik dieses Gebildes ist. Und auch das ist ein Zusammenschnitt über einige Stunden, die die Dynamik zeigt. Wir sehen hier also so einen Wirbelsturm, der hier startete am Rand und rotiert also um in diesem Außenbereich dieses gigantischen Hauptwirbelsturms, der genau am Nordpol sitzt. Und wir sehen auch sehr schön hier dieses sechsseitige Hexagon, was in größerer Distanz den Nordpol umgibt. Ja, und hier eine Nahaufnahme von einer Kante des Hexagons, des Sechsechs. Hier ist eine Ecke und dann geht es gerade weiter. Und hier im Dunkeln nach oben verschwindet es. Da wäre es wirklich der Nordpol. Das ist also eine Detailaufnahme dieses Sechsechs mit der Kante. Jetzt kann man sich drüber Gedanken machen, wie kommt dieses Sechsechs zustande. Ich lese den Text mal vor dazu. Satuan's Northpolar Hexagon appears to be a long-lived feature in the atmosphere. Es ist also langlebig. Having been spotted in images of Satuan in early 80s, again in the 90s. Also es ist mindestens 40 Jahre alt, dieses Ding. Es ist also nicht irgendwas, was mal kurz da ist und dann ist es wieder weg. Ja, aber jetzt muss man natürlich überlegen, wo kommt denn jetzt hier in einem rotierenden System, wo wir also wirklich eine totale Rotationssymmetrie haben und dann ist auch noch eine Gaskugel. Wo kommen denn da Ecken her? Da soll es doch keine Ecken geben. Da muss alles rund sein. Ja, und dann nochmal eine Detailaufnahme. Der hohe Norden des Saturns ist ein brodelnder, kesselvoller Aktivität. Die Begeisterung der Planetenforscher über große Stürme ist also kaum zu bändigen. Gefüllt mit wogenden Wolkenbändern und wirbelnden Wirbeln. Ja, das kommt durch die Übersetzung. Der wirbelnde Wirbel. Das sind sicher zwei verschiedene Worte im Englischen, die beide die Bedeutung Wirbel haben. Aber sehr wortreich, die Beschreibung. Und wir sehen hier, es hat eine gute Auflösung hier. Das kann man sich auch selber downloaden, wenn man diesen Link hat. Pia 10 480. Da kann man sehr schön hier diese eingelagerten, ebenfalls sehr großen Hurricane sehen. Und hier eben wieder ein Stück von dem Sechseck. Ja, phänomenal. Ja, und dann gibt es eben auch wirkliche Infrarotaufnahmen. Das sind sowieso Infrarotaufnahmen, aber man kann die Temperatur farbcodieren. Das wurde hier gemacht. Ich glaube, je wärmer, umso röter. Und man kann dann tiefer reinschauen hier. Hurricane am Nordpol, Farbcode für Temperatur. Und das ist jetzt ein kontrastweiches Bild, was also sehr stark aufbereitet wurde, um in die Dunstschicht da durchzuschauen. Hier sieht man also genau den Wirbel in der Mitte des Hexagons. Das ist also relativ weit raus in das Hexagon. In der Mitte ist das Zentrum dieses gigantischen Hurricanes genau am Nordpol. Und ich glaube, das hier ist ein Film, den starte ich jetzt mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Das huppelt ja immer so ein bisschen. Ja, also ja. Da kommt jetzt erst mal Text. Dieser Film zeigt einen hurricaneähnlichen Sturm genau am Nordpol des Saturn, den Cassini gesehen hat. Und das Auge, das erstreckt sich über Tausende von Meilen oder sowas. Und hier läuft jetzt dieser kleine Film. Das fand ich auch eine sehr schöne dynamische Einstellung. Man sieht, wie es aus und entgegengesetzt rotiert als innen. Also immer noch dieses Abwechseln dieser Wolkenrollen, auch bis in den hohen Norden. Ja, und hier ist nochmal Imagekritik von NASA Jet Propulsion Laboratory. Von denen ist dieser Film. Also nur ein ganz kurzer Film, aber sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja, und jetzt müssen wir uns mal darüber Gedanken machen, oder nicht wir, sondern die Wissenschaftler, wieso kann denn da so ein Hexagon sein? Wieso gibt es da überhaupt Ecken? Also die Ecken sind schon ziemlich rund, aber es sind schon Ecken, ja. Und da gibt es eben, ich habe dann in der Literatur nachgeschaut und hier gibt es ein Paper von 2020, das erschienen ist in PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences. Also relativ hoch aufgehängtes, ja, ich weiß nicht, nee, es ist nicht nur Physik, es ist interdisziplinär, also Wissenschaftspapier aus den USA, ähnlich wie Nature and Science. Also ein Paper in PNAS ist schon mal gut. Da hat man schon mal gute Chancen, so Professorenstelle zu bekommen. Ja, wir müssen natürlich noch mehr Papers haben, aber schon mal gut. Ja, und hier ist eine These zur Erklärung des Hexagons. Deep rotating convection generates the polar hexagon on Saturn. Also sie meinen, dass tief unten viel größere Wirbel, die so groß sind wie das Hexagon, die wir jetzt aber nicht sehen können, ja, die sind unten drunter, dass die dieses Hexagon erzeugen. Und da gibt es jetzt hier diese Modellrechnung, das ist eine strömungsdynamische Rechnung, von tiefer unten, in den paar tausend Kilometer weiter drinnen, von riesigen Wirbeln, die nicht so, da sind also die Hurricanes an der Oberfläche, die vielleicht so groß sind wie die Erde, die sind ja eher klein da. Ja, und die sieht man hier. Ja, jetzt meinen sie, dass dieser Zusammenbau von Wirbeln, die sie hier gerechnet haben, dass der das Hexagon erklärt. Das Dumme ist, ich sehe da kein Hexagon. Ja, die sind zwar so rote Pfeile, aber wo ist da ein Hexagon? Aber man kann, es gibt auch noch bessere Bilder im Internet, die sind aber nicht in dieser Publikation. Ich weiß auch nicht, wo die besseren Bilder herkommen. Aber jedenfalls, wir sehen hier, dass der zentrale Hauptwirbel von dem zentralen Hurricane, der geht offenbar auch tiefer rein und ist dann riesengroß. Der hat aber dann solche Nebenwirbel und die sind ungefähr genauso groß und da passen drei Stück drumherum. Das ist ja ein Sechseck. Drei ist schon mal gut. Und da gibt es dann eine gerade Kante und hier könnte man sich denken, wieder eine gerade Kante und dann eine gerade Kante an diesem nächsten großen Wirbel, benachbarten Wirbel vorbei. Und man könnte sich aus diesen drei roten Pfeilen hier schon überlegen, dass das dann eventuell ein Sechseck wird. Aber man kann sich aber nicht vorstellen, dass das so ein scharf geschnittenes Sechseck wird, wie wir es in der Realität auf dem Saturn sehen. Ja, dann gibt es hier diese grünlichen Dinger hier, da kann man, das ist aber dann ein Zwölfeck, würde ich sagen. Ja, also jedenfalls der Ansatz ist, dass das Wirbel sind, die an den zentralen Wirbel angrenzen, die irgendwie so eine riesengroße mittlere Größe haben und da kann ich eben an eine, ja, also man könnte zum Beispiel, wenn man Kugeln, kleine Kügelchen zusammenlegt in einer zweidimensionalen Fläche, dann grenzt an eine zentrale Kugel, grenzen immer sechs benachbarte Kugeln an. Ich glaube, das ist der Ansatz, der Gedankenansatz. Wir haben lauter Wirbel und die müssen ungefähr gleich groß sein wie der zentrale Wirbel und dann passen eben sechs Wirbel um den zentralen Wirbel drum. Hier in dem Bild sind aber drei große Wirbel um den zentralen Wirbel gestaltet. Deswegen habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wie sie da auf ein Sechseck kommen, aber sie meinen, sie können damit das Sechseck erklären. Okay, für Leute, die das dann ein bisschen mehr interessieren, die müssen dann die diversen Papers dazu lesen, aber das PNAS-Paper ist glaube ich erstmal das Hauptpapier, was PNAS bedeutet, es ist wahrscheinlich was Vernünftiges, was der richtige Ansatz ist, um das Sechseck zu erklären. Also nochmal, wenn wir lauter Tischtennisbälle nehmen, nehmen wir einen in die Mitte und dann packen wir so einen Ring von Tischtennisbällen drumherum, dann sind es genau sechs Stück, die drumherum passen. Die Voraussetzung ist allerdings, dass die Bälle, also hier unsere Wirbel, unsere Hurrikans, alle gleich groß sind. Und dann kommt man auf die Zahl sechs im Zweidimensionalen. Okay, also das wäre der Ansatz. Hat mich jetzt nicht ganz überzeugt, aber wahrscheinlich ist es so ähnlich. Ja, und am Südpol ist kein Sechseck. Ja, jetzt geht es schon wieder los. Da haben wir mühsam erklärt, warum am Nordpol vielleicht ein Sechseck ist. Da ist auf jeden Fall eins, am Südpol aber nicht. Also wenn man jetzt erklärt hat, dass durch die Rotation und die Wirbel und die Wirbelstürme und die gleich großen und die tiefgelegenen, viel größeren Wirbel, die tiefer in der Atmosphäre oder im Gasplaneten selber sind, da muss man erklären, warum ist denn am Südpol keiner? Ja, da ist keiner. Da haben wir keine Erklärung für. Hier ist der Südpol. Ja, also Saturn, Südpol, kein Sechseck. Hat also großen Vorteil beim Saturn. Man kann sehr gut zwischen Nord- und Südpol unterscheiden. Und hier sehen wir wieder von dieser selbigen Quelle von Cassini-Bildern einen Zusammenschnitt von zwei Bildern vom Nordpol links und vom Südpol rechts. Und wir haben hier zwar auch so einen dunklen Streifen, der den Südpol umgibt, der hat aber keine Kanten. Der ist genau rund, also kein Sechseck. Und hier nochmal eine Detailaufnahme. Also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen kleiner als der Durchmesser der Erde, was wir hier sehen. Also eine Nahaufnahme von dem Wirbel genau am Südpol. Und das muss ein wahnwitziger Wirbelsturm sein. Shadows reveal the topography of Saturn's south-polar vortex. Also der südliche Wirbel wird hier durch solche hell-dunkel Kontraste von diesen Wolken sichtbar gemacht. Und es wirbelt enorm. Also es kommt jetzt nicht dadurch zustande, das sieht ja so aus, als würde es sich so schnell rotieren, dass es in dem Bild während der Belichtung verschmiert ist. Nein, nein. Das sind wirklich durchgezogene Linien, auch wenn man mit hoher Zeitauflösung das Foto machen würde. Also das ist der Südpol. Ja, und ich glaube, da habe ich noch mal eine Animation hier. Das kann ich noch mal spielen lassen. Das ist jetzt also der Südpol, wie der rotiert. Und das sehen wir jetzt hier. Und das sind, das spielt dreimal dasselbe ab und es ist jeweils ein 3-Stunden-Intervall. Insgesamt also immer wieder von vorne 9 Stunden. Da ist es ein bisschen schnell. Ich starte es noch mal. Also hier, das ist der Südpol. Und diese Drehung, es geht immer wieder von vorne los, dreimal. Diese Drehung ist über 3 Stunden. Und das sind riesige Raumbereiche, weil sich der Planet auch so schnell dreht. Aber dieser Wirbel ist enorm. Also es ist nicht die Drehung des Planeten, sondern das ist schon die Drehung dieses Hurricanes, die wir da sehen. Der dreht sich, also angesichts seiner riesigen Größe, enorm schnell. Ja, und dann gibt es noch dieses Bild hier. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Das finden wir auch hier auf jplnasa.gov. und hier sieht man den Südpol in verschiedenen Wellenlängen aufgenommen. Also die Farben sind sowieso nicht die richtigen, weil am meisten die Details zeigen, kontrastreich sind Infrarotaufnahmen, in die rote und die blaue. Aber man sieht, dass man immer tiefer reinschaut. Also die Idee ist von links, dass wir also fast im, ich glaube, das ist sogar eine richtige Aufnahme, einfach normal, im Sichtbaren, das ist immer ungefähr gar nichts, weil man nicht durch die Dunstschicht durchkommt. Und dann haben Sie hier verschiedene Wellenlängen, die wohl immer länger werden, wo sie durchkommen. und dann sieht man langsam, aber sicher in der Mitte immer besser diesen Wirbelsturm genau am Südpol und diese schwarzen Punkte, das sind dann kleinere Wirbel, so die Interpretationen, die da drumherum wirbeln hier. Verschiedene Wellenlängen hat man hier verwendet, um immer tiefer einzutauchen in die tieferen Schichten der Atmosphäre. Ja, und dann gibt es noch was, ich sage mal, also glaube ich, genug Bilder gesehen. Ja, also ich dachte, hier ist eine Dea-Schau von unserem Ausflug, mentalen Ausflug, zum Saturn ganz nah und der gibt auch noch Geräusche von sich und zwar im Radiobereich. Und wir sehen hier links, ich spiele es gleich vor, kann man was hören, ja, im Links ist die Frequenz, das sind also 300, von unten 310 bis 340 Kilohertz, was ist denn das? Mittelwelle oder so was? und hier haben wir die Intensität aufgetragen nach oben und das kann man jetzt demodulieren und dann gibt das ein Geräusch. Ich werde das hier mal starten, hier ist also ein Audio-Fall dabei. Also das sind die Radiotransmissionen, die Radiosendungen des Saturns. Ja, ich muss, ich schneide das dann nachsträglich, das Geräusch rein, weil hier hört man es, glaube ich, nicht so gut. und das ist die grafische Darstellung dieser Töne, die hier in den hörbaren Bereich für uns übersetzt worden sind. Also die Modulation in diesem 300 Kilohertz Bereich. Also der Saturn sendet was, aber ich glaube, das ist keine Intelligenz, die da interessante Musik hört, sondern das sind natürliche Geräusche, wenn man so will. Ja, also es gibt Radioemissionen, aber es gibt natürlich auch UV-Emissionen und zwar ist das die Aurora, also das Nordlicht, beziehungsweise hier ist es das Südlicht, wenn die Anordnung wieder dieselbe ist. Unten ist der Südpol. Saturns Auroral Emissions, which are similar to Earth's Northern Lights. Und das ist die UV-Kamera. Also das Gelbe hier ist das Sonnenlicht auf dem Saturn, das aber nur gelb erscheint, weil wir das hier mit einer UV-Kamera anschauen. Also eine Kamera, die gar keine Farben sehen kann, sondern es wird irgendwie übersetzt aus den Intensitäten rund aus den Wellenlängen im UV. Und dieser Ring hier ist eben die Aurora. Und die beiden Bilder sind eine Stunde auseinander. Und wenn man die blauen Aurora-Bereiche hier von dem Nordlicht am Südpol, also Südlicht müsste man es nennen, genauer anschaut, dann sieht man, dass es hier einen hellen Fleck gibt im linken Bild, der hier nicht mehr da ist. Und die sind eine Stunde auseinander. Und das sind ja gigantische Aussehungen, viele Tausende von Kilometern. Und sie zeigen hier, dass die Dynamik auch dieses Nordlichts, dieser Nordlicht da ganz ungeheuer ist. Na, ich lese mal den Text vor. Taken about one hour apart, the brightest spot in the left aurora fades, also verschwindet der helle Spot, and a bright spot appears in the middle of the aurora in the second image. Also hier in dem zweiten Bild entsteht dafür dann ein heller Fleck. Das heißt, es hat eine ungeheure Dynamik, diese Nordlichter. Und da gibt es auch noch eine sehr schöne Animation hier, die leider nur sehr kurz ist. Da sieht man also die Cassini-Sonde. Huch, das war es schon. Also kurz ist gut. Ne, es müsste eigentlich... Nein, es funktioniert irgendwie... Ah, jetzt läuft es. Also man sieht hier, wir rotieren mit dem Planeten mit. Ja, der rotiert ja schnell. Das ist auch ein Zusammenschnitt. Das ist in 81 Stunden Periode. Und wir sehen hier immer wieder die Aurora aufleucht. Und immer wieder kommt dieses Nordlicht. Jetzt wieder, also ganz kurz, dieses Nordlicht. Über 81 Stunden. Und ich finde es fantastisch, wie die das zusammengeschnitten haben. Das so ausschaut, als würden wir an einer festen Position, weit oberhalb der Atmosphäre, mit dem Planeten mit rotieren. Gut, das war jetzt nicht so toll hier in der Darstellung auf meinem Fernseher hinter mir. Ich werde es dann in das Video hier reinschneiden nochmal. Ja, also den Text vorlesen. An Aurora shining high above the northern part of Saturn moves from the night side to the day side. Also bewegt sich von der Nachtseite zur Tagesseite. Ja, liebe Leute, da werde ich jetzt durch meine Diashow-Urlaubsreise da zum Saturn ganz nah durch. Warum steht da Fazit Jupiter? Das ist falsch. Das ändere ich mal eben. Sekunde. Fazit Saturn ganz nah. Ist also ein Gasriese. Ähnlich dem Jupiter. Besteht zu 99% oder noch mehr aus Wasserstoff und Helium. Hat aber diese interessanten Wolken. zum Teil aus Wassereis oder aus Ammoniak oder Verbindungen von Ammoniak mit Wasserstoff und Ähnlichem. Weiter weg von der Sonne als der Jupiter und ist deswegen kälter. Also statt 5 astronomische Einheiten 10 astronomische Einheiten kälter. Also statt minus 108 Grad Celsius sind es auf dem Saturn minus 139 Grad Celsius. Das mag eben den Unterschied mit der Dunstschicht erklären. Er hat eine geringere Dichte. Es gibt eine Dunstschicht aus Ammoniak Kristallen. Es gibt faszinierende Wolkenstrukturen. Genauso wie auf dem Jupiter in dummer Weise nicht so gut zu sehen. Aber trotzdem toll. Es gibt ein Sechseck am Nordpol was nach wie vor ein bisschen rätselhaft ist. Insbesondere wieso das so lange stabil ist. Es gibt faszinierende Ringe und faszinierende Monde. Aber zu denen kommen wir noch. Ich wollte nur diese wunderbaren Bilder von Cassini ja sie waren nicht ganz so toll. Ja nicht jeder also man hat ja auch bei Urlaubsreisen da fährt man mal nach Mallorca und dann nach Gran Canaria und dann nach Lanzarote und dann auf die Malediven. Da gibt es ja auch Unterschiede. Ja wenn man auf den Malediven war oder sonst wo da denkt man oh na nach Mallorca muss ich jetzt nicht mehr. und jetzt war also der Saturn die Kugel selber war jetzt nicht so der super duper Hit im Vergleich zum Jupiter. Aber der Saturn hat die Ringe und wir mussten jetzt das ist ja eine Vorlesung schon ordentlich auch das Wissen und die Bilder des Saturns durchnehmen. Und er hat ja immerhin dieses Sechseck am Nordpol und er hat die Aurora diese Nordlichter das sind schon tolle Sachen die die Planetenforscher dann mit sehr viel Physik und Strömungsdynamik und solchen Sachen und Ionisation also Nordlichter versuchen zu verstehen. Diese riesige diese beiden riesigen Gaskugeln Jupiter und Saturn. Ja das nächste Mal machen wir also Monde und Ringe und sowas machen wir separat. Jetzt gehen wir weiter dann zu Uranus und Neptun. Und dann gibt es da weiter draußen noch den Pluto den mache ich auch als Planeten obwohl er den Status ja verloren hat aber von Pluto gibt es dann auch noch mal ein gestaltes Planet nochmal fantastische Bilder ja weil da so eine Sonde ist da ganz weit draußen da vorbei da gibt es übrigens auch Gletscher auf Pluto und das hat schon was. Na gut also das war der Saturn ganz nah hier nochmal na warum geht es denn jetzt nicht weiter wirst du wohl äh geht nicht weiter ok ne ist abgestürzt ist jetzt abgestürzt also vielen Dank für diesmal liebe Leute und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal